Ja gut, dann alles Gute 73, nebenbei bemerkt, das Ladegerät habe ich aus Bad Lasingen gekauft. Das hat 3 Volt, 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt und 12 Volt. Das läuft auf 12 Volt, geht einwandfrei. Mit so einem Autoanschluss hinten dran ans Funkgerät, also geht wunderbar. Wenn wir mit 5 Volt, weil es wird nicht so heiß, wird nicht heiß, gar nicht heiß. Es wird fast kein Start sein, ja. Ja, ich muss auch sagen, es funktioniert tagellos. Ich renne ja hier allerdings nur mit dieser kleinen Leistung, wo das L steht. Ich weiß noch nicht, das ist vielleicht bis 1 Watt oder so. Aber es ist ja auch nicht allzu weit bis nach 1,5 Volt. Test von Delta Lima 7, Tango, Juliet. 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 Test von Delta Lima 7, Juliet. Test von Delta Lima 7, Juliet.